Hallo, ich bin's wieder, euer Johannes. Letzte Woche ist eine junge Frau ganz alleine durch den Arnsberger Wald gegangen. Und auf einmal hört sie hinter sich eine unheimliche Stimme, die da sagt, was kann ich mit meinen dicken Fingern und meinen dicken Lippen machen? Die junge Frau bekommt Angst und geht ganz schnell weiter. Und dann hört sie auf einmal wieder hinter sich die Stimme. Was kann ich mit meinen dicken Lippen und meinen dicken Fingern machen? Die junge Frau ist am Verzweifeln und rennt immer schneller und immer weiter weg. Und auf einmal hört sie wieder die Stimme. Was kann ich mit meinen dicken Fingern und meinen dicken Lippen machen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, lass mich in Ruhe. Ich hab Angst, geh weg. Auf einmal stürzt sich das Monster auf die junge Frau, setzt sich auf ihren Bauch und fragt noch mal. Was kann ich mit meinen dicken Lippen und meinen Fingern machen? Ich weiß es ist doch nicht. Oh, ich hab mich so doof. Tschüss.